Okay, es geht weiter. Und diesmal habe ich die Zeit in der... ...habe ich die Zeit zum Zusehen. Da bin ich gespeichert, okay. Okay, los geht's dann. Zurück zum Asmodeus. Nächstes Ziel ist... Mau. Ich mag die Welt, aber diese... Ich weiß nicht. Hier, die Brunnen des Offens. Oh, Ushila-sama. Ushila-sama, alles klar. Ach ja. Hier sind die Kürze, die zu einen reinen kannst. Hartes Training. Such nach Leuten, die mir bei einem harten Training halten. Ich sehe... Okay, welchen Tode? Ich frage mich, was das heißen soll. Bitte geh zu Steven, um Nerven zu erfahren. Er steht vor dem Toten. Hm, ja. Also viel Glück. Warte, ich muss mich erinnern. Was war das mit diesem Steven? Bist du derjenige, der um Hilfe beim Training gebeten hat? Konzentration, Fokus. Ich werde nicht verlieren. Nicht gegen ihn. Hallo, hallo, Entschuldigung. Ich kann's spielen. Ich kann's wirklich spielen. Ha! Huch. Oh, hallo, tut mir leid. Ich war ganz in einem Training versunken. Ehrlich gesagt bin ich hier, um dir damit zu helfen. Also, was soll ich tun? Schließ für mich Osir ist umgezählte Fitness ab und bring mir die Belohnung. Einen Talisman. Was? Sollst du das nicht, äh, besser selbst nicht erledigen? Das ist unmöglich für mich. Absolut unmöglich. Mich kriegen da keine zehn Pferde rein. Aber ich brauche den Talisman, um meine Rivalen zu beweisen, dass ich mehr trainiert habe. Weißt du, gerade dann würde ich es besser finden, wenn du es selbst machen würdest. Ja, eigentlich schon. Aber, ach Quatsch. Mit dem Talisman könnte ich hier auf einer höheren Stufe trainieren. Hm, ich verstehe es zwar nicht wirklich, aber na gut, ich habe den Job nun mal angenommen. Hey, ich verlasse mich auf dich. Okay, was heißt das? Achso, ich muss zu Osir. Oh, sieh, alter Knacker. Sie haben einen Übungsplatz, der ungezählte Fitness heißt. Richtig, ich möchte dort trainieren. Oh, wirklich? Dein Mut ist beeindruckend kleiner. Das möchte ich gerne sehen. Der Übungsplatz ist anders als die anderen. Du musst das Ziel so schnell wie möglich erreichen. Okay. Wenn du es in der Zeitlimite reichst, belohne ich dich mit einem ganz besonderen Talisman. Hm, irgendwie klingt das interessant und ich will es auch auch haben. Okay. Und wenn du sehr schnell bist, gebe ich dir sogar noch einen besonderen Bonus dazu. Du hast zwei Minuten. Aber genug Gerät. Kann es losgehen? Das klingt eigentlich verlockend. Hm. Ich glaube, ich mache hier kurz jetzt was. Okay, weiter geht's. Ich habe jetzt was Bestimmtes jetzt gemacht. Damit ich das nochmal machen kann, wenn ich das diesmal nicht schaffe. Ich bin's bereit. Dann lass uns zur ungezählten Wildnis gehen. Das ist die ungezählte Wildnis. Fang hier an. Sprich mich auf der Tor und spitze dort hinten an, um die ungezählte Wildnis abzuschließen. Weitere Erklärungen sind nicht von nöten. Versuchseifer. Probieren geht überstudieren. Okay. Gut. Gut auf die Plätze. Fertig. Los. Was mache ich da? Ich verschwende unnötige Zeit. Ich hasse diese Steuerung. Ich hasse das. Und diesen komischen... Nochmal. Red nicht. Red nicht mit mir. Nein, ich will nicht mit dir reden. Hör auf. Weitere Erklärungen sind nicht von nöten. Ja, versuchen wir... Ja, ja, okay. Oh gut, auf die Plätze. Fertig. Los. So, das habe ich jetzt geschafft. Jetzt muss ich in einem Zug da durch. Willst du mich ver... Okay. Okay, warte mal. Das muss ich mir genauer ansehen. Ich weiß nicht, was ich da gerade mache. Okay, ich frage mich gerade, was ich da gerade gemacht habe. Ich glaube, it's magic time. Okay, geschafft. Du willst mich doch verarschen. Ich werde das so 100 pro nochmal machen. Ich zeige das euch nur jetzt. Du elender Vogel. Egal, egal ob ich das jetzt schaffe oder nicht. Ich werde das jetzt nicht schaffen. Komm mal, du scheiß Kackvogel mit deiner Scheiße. Die Scheiße sieht aus wie bei Digimon, die Scheiße. Wenn einer weiß, was ich meine. Oh. Verdammt. Ey, komm jetzt. Ich habe es bald geschafft. Oh, meine Zeit. Was passiert denn, wenn ich das nicht schaffe? Ey, so viel hat noch gefehlt, oder was? Oh. Äh. Jetzt mich verarschen. Du hast es nicht geschafft? Entschuldige. Naja, das kann man ja jedenfalls... Ich stelle den Auftrag wieder bei der Questbörse rein. Paar nun ist mein... Äh, nun ist mein... Ja. Zuerst mal sieht ihr, dass es bei mir steht, dass ich es nicht geschafft habe. Gefällt. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Ach, komm, leck mich. Witz mich... Komm, ich werde es in extra vielen... Äh, richtig schnellen Zeit hinbekommen. Nein! Ach so. Ich glaube, ich schaffe das. Stirb. Ihr mit eurer verfickten Scheiße. Frisst... Frisst Scheiße, ihr Wichser. Ich habe es geschafft. Ich werde es jetzt noch gleich normal machen, um... Äh, das war's. Mal sehen, wie lange hast du gebraucht? Ich kann das mal viel schneller. Wow, ich kann nicht glauben, dass du die ungezähnte Wille so schnell bezwungen hast. Genau, der bin ich. Hier ist dein Talisman. Ich gebe die zwei davon. Zwei? Wow, das ist ja super. Fuh, Hocha, lass uns zurück in die Stadt gehen. Ähm, okay, jetzt will ich mal sehen, was passiert, wenn ich es jetzt viel schneller schaffe. Also, bis gleich. Okay, weiter geht's. Äh, lass uns zurückgehen. Ich hab's versucht, eine Minute dreißig hab ich versucht, hab kein neues bekommen. Eine Minute vierzig hab ich auch gemacht, ging auch nicht, egal. Hier, bitteschön, deine Belohnung, der Talisman. Wow, du hast zwei bekommen? Danke, das war eine echte Meisterleistung. Dafür gebe ich dir auch einen kleinen Aufschlag. Dankeschön. Ähm, meinst du, du könntest mir noch mehr bringen für mein fortgeschrittenes Training? Wie viele kannst du denn bekommen? Du kannst die Umgezählung immer wieder machen und bekommst jedes Mal eine Belohnung. Ich halte meinen Auftrag bei der Quatsbörse offen, dann kannst du ihn jederzeit wiederholen. Nun, wenn es dir bei deinem Training hilft, warum nicht? Hey, danke, ich verlasse mich auf dich. Was soll ich mit Talisman, äh, Talismaner machen? Hm. Okay, dann haben wir dieses Ding jetzt auch gemacht. Okay, damit haben wir das auch. Und los geht's. Jetzt können wir auch wieder zurück. Jetzt geht's in Wiesla weiter. Ich kann mich erinnern, was mich da erwartet hat und darauf freue ich mich nicht so sehr. Ach ja, Kabine. Es gab hier neue Bilder. Album. Ähm. Die einzigen Bilder, die ich noch nicht vervollständigt habe, sind der hier. Okay, das ist das Einzige. Da fehlt mir nur ein verficktes Kätzchen. Nur ein behinderte Katze. Dann hab ich alles. Bibliothek. Hm, ich werde das, ich werde das alles vervollständigen. Okay, dann haben wir das. Mir fehlt eine verfickte Katze. Wo ist die? Äh, Wiesla, Wiesla. Els Lieblingsstadt. Hey. Zweiter Teil. Fünftes Kapitel. Freunde. Friends. Facebook. Und wir sind in Wiesla. Das Radarsignal kommt in Wiesla aus westlicher Richtung. Steht dort nicht das Haus des Dorfvorstehers? Sollen wir dann zuerst mit dem Dorfvorsteher sprechen? Ja, das hört sich nach einem guten Plan an. Äh, Dorfvorsteher? Hm, ja. Man hat ja, wenn man die vorigen Parts voll gesehen hat, das herausbekommen, dass unter dieser Welt, ähm, äh, dass da die Erde sein soll. Na gut, aufgepasst hat. Hat mich auch richtig erschrocken. Aber die Story ist geil. Es soll auch bald ein zweiter Teil kommen für die 3DS. Hallo, Herr Dorfvorsteher. Hm, oh hallo, lange nicht gesehen. Was ist denn mit Ihnen los? Ich bin alt. Es ist schon wieder ein neuer Skara-Käfer aufgetaucht. Es ist einfach furchtbar. Ein Skara-Käfer? Na toll, einfach super. Sagen Sie, haben Sie denn, äh, Höhlen mal was verbal-artiges gesehen oder davon gehört? Er sieht ein bisschen aus, als ob ein Loch in der Luft hängen würde. Was wirbelartiges? Ich verstehe nicht ganz. Ach, es macht nichts, wenn Sie nicht wissen, was ich meine. Im Moment kann ich an nichts anderes als an Skara-Käfer denken. Falls Sie noch mehr, uh, falls Sie noch mehr Arbeit als Kammerjäger sucht. Schaut mal, äh, bei der Questbörse rein. Ich glaube, Sie können wirklich Hilfe gebrauchen. Was meinst du, Ellen? Ich kann nicht gerade behaupten, dass ich begeistert wäre, aber ich bin dabei. Mein Controller ist bald Schrott. Ich muss mir bald einen neuen besorgen. Flo. Wir haben einen Job von Dorfvorstellern bekommen. Anscheinend gibt es einen neuen Skara-Käfer. Ja, haben wir schon gehört. Ich hab's doch geahnt. Dann sind wir genau die Richtigen für den Job. Damit haben wir unsere Erfahrung. Na toll, einfach super. Neue Skara-Käfer-Ablage. Yay! Dann kann uns jemand helfen, ja. Bitte geh zum Dorfvorstellern, Vorstehergarten. Um leeres Verfahren. Willst du mich gerade ver- Ach, extra bitte die Scheiße nochmal. Los, was hast du zu sagen, alter Mann? Ich bin hier um deine Skara-Käfer, Herr Dorfvorsteher. Ach, besten Dank. Er steckt tief in der Osthöhle. Wie komm ich da rein? Geh einfach nach da rechts, sobald du in der Höhle bist. Okay, ich seh mir... Franz? Warte mal. Er hat das gerade so gefragt, ob er zum ersten Mal in der Skara-Käfer-Ablage wäre. Wer hat mich grad verarschen? Oder tut da einfach so einer auf ahnungslos? Ich weiß es nicht. Hey, Fettsack. Äh, ja. Mögliche Insekten, die Leute hier gehen, ja. Warte, Jäger, bitte. Hm, was gibt's denn, Kleiner? Mach dich besser nicht auf die Jagd nach dem Skara-Käfer. Viele Jäger müssten dabei ihr leben lassen oder wurden schwer verletzt. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Dorfvorsteher sowas in der Art erwähnte. Hä? Wenn dieser Käfer wirklich so gefällig ist, dann muss ich ihn doch jetzt jemand besiegen, oder? Äh, beseitigen, oder? Pa, hoffentlich tue sie dir dabei ganz doll weh. Was hat er denn nur? Ein kleiner Rassist. Ey, bleib dich, äh, bleib dich bei mir, okay? Meinst du, ich würde hier drin allein rumschleichen? Auf keinen Fall. Ich werde euch hier keinen Millimeter von deiner Seite. Hm, okay. Man kennt ja diese Dungeon, äh, man kennt ja diese Stage schon. Also, ich weiß nicht, was jetzt mich erwartet, aber naja. Ich denke mal nicht, dass irgendwas Neues jetzt da sein soll. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen muss. Ach, die ganze Nacht Osten, hat er gesagt. Ach, dann brauche ich ja diese komischen Perlen. Äh, diese Honigperlen. Okay. Hier, Fristkäfer. Los geht's, Abmarsch. Ja, gut, festhalten. Boah, wie ich dieses Geräusch hasse. Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr schläft und eine Fliege um euch ist und diese, mh, dieses Geräusch da macht. Einfach scheiße, dieses Geräusch. Ich frage mich, wo wir rausgekommen sind. Lass uns noch tiefer hineingehen. Wir waren hier doch schon mal. Oder nicht? Doch, wir waren hier schon mal. Oder verarscht er mich gerade? Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank. Vielen Dank.